Moin Moin, schön, dass ihr wieder reinschaut. Hier heute beim Treckertreffen in Rodeweich. Kommt einfach mit und schaut. Ich bin aber heute relativ übersichtlich. Auch hier ein kleiner Deutz. 18 PS. Der Zwei-Zylinder. 1526 Kubik. Hier noch mal ein schöner alter Oni Moin. Das ist schon ein bisschen... Eicher. Ja, hier der MB Truck. Die hatte ich glaube ich letztes Mal auch schon gesehen. Bei der anderen Ausstellung. 75 PS. Vierzylinder. 3,7 Meter Hochraum. Hier ist auch noch mal ein Hanomag. Vierzylinder. 1784 Kubik. Und 64. Hier die Teile. 2096 Kubik. Ja. 2,3 Meter Aufstellung. 3,4 Meter. 3,4 Meter. 9. 1,2 Meter. 1,2 Meter. Untertitelung des ZDF, 2020 So, ist doch hier nicht so dolle, ne? Okay, dann vielen Dank fürs Zusehen, dann bis zum nächsten Mal.